21 22 top scrum bundesliga light pick your team case break nummer drei ist eigentlich der dual case gewesen also zwei case break ich habe es jetzt aufgesplitter damit schneller voll ist wir machen zuerst das erste case heute und das andere case dann morgen eventueller oder freitag wir schauen mal okay also auf geht der erste case case nummer 1 und Case Nr. 2 dann morgen oder Freitag, diesen Box Break wird ein bisschen dauernd ich hoffe ich hau die Kamera gerade nicht um so lange sind die schon also viel Glück Jungs erste Case Bundesliga Chrome Lights also Lite ist leider mit weniger Autos aber dafür gibt es andere Parallels die Goldway die sind zwar nicht nummeriert aber sehen ganz cool aus und es gibt natürlich die normalen nummerierten gibt es da natürlich auch verteilt jeder hat eine Chance zum raten also jeder darf ein einmal raten welches Auto wir empfehlen jeder darf einmal raten wir starten Box Nummer 1 ich hoffe das Auto kommt jetzt nicht also beeilt euch ich lässt sich alles vor wir fangen an mit Baumgartner und Hoffenheim und die ist auf 75 limitiert 17 von 75 wir haben Kotchab Insert, Wander Rookie, Stach Refractor und Gold Ray Wave ist Rütter für Hoffenheim die sind nicht nummeriert das sind diese für Light Gold nur für Light Gold nur für Sydney Refractor und Upamecano dann noch eine und zwar für Hertha Boateng Lienhard Refractor und Red ist die 1 von 10 boom wow koste nur für Leverkusen war Robin ich glaube jetzt gar nicht ich habe ihm das empfohlen soll mal Leverkusen nehmen hat die Chance auch ein wird Auto was außer ich meine meine Rate Option ist hier koste nur auf 10 Red aus der ersten Box zack so einfach geht das hier und schon check check der Beliebtheits Radius bei Light Refractor ist keins also nicht kein Refractor sondern keins Gold ist Toureram für Gladbach und Refractor geht an durch wow das war schon die erste Box das geht ja doch schneller als gedacht also wir haben noch bei Facebook Topstrom also wir haben noch bei Facebook Topstrom zum Bundesliga Hobby ein Box Break 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 die beiden sind natürlich ein bisschen teurer aber andere Team sind da auch noch zu haben ich bin aber nur bei Facebook schon ein bisschen Retro Break schon fast ich bin eben halt selten die Box mittlerweile hey Roman so lange kann ich heute nicht so rum halb vier wieder raus alright zweite Box here we go wir starten mit Gold und das ist Giekewitz für Augsburg Refractor Team Horn Refractor Schawas Lager Refractor ist Meierhöfer und David Raum Rookie Purple für Hoffenheim die ist auf 299 limitiert wir haben Heroes of the Mauer Echlenkamp Cyatemia Refractor on Gold Timothy Chandler Gold Array Wave Gold Array Wave auf 150 für Frankfurt wir haben Tussard Gold wir haben Peeper Bielefeld noch eine Gold und das ist Angelo Stiller für Hoffenheim Rookie Fabian Kluss Bensovaini und Kaladzic Kaladzic auf 399 für Stuttgart Stuttgart ja wie viele bis jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 also 4 pro Box gefühlt Wah 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 1 10 12 10 10 12 12 12 12 12 wir in paar bocken gar keine drin gehabt doch das ist dem andere damals aufgefallen ich habe die box einfach aufgemacht und da hat man glaube ich ein oder zwei boxen gar nichts drin war aber da macht doch leider auch nichts blöd dass ich anhört kaladisch wir haben den blumen bochum blue ist leveling geführt nummeriert 150 juli jude bellingham meine güte meine aussprache und moriba für leipzig petersen insert lewandowski refractor und pink ist für wolfsburg und die ist auf 399 limitiert wir haben einen anderen stadt für mainz purple auf 299 kone für glattbach endo reflektor thielmann reflektor für köln gold ist ortiga für bielefeld nur rieber reflektor leipzig insert ist beyers für stuttgart und das war's für diese box schon wieder ich bin chrome hobby auch cooler aber ich wollte es mal ein bisschen was davon machen hier muss darf er nicht vergessen chrome hobby hast du halt wirklich oft elf von den zwölf autos die da drin sind eigentlich elf und zwölf aber du hast dann einen besseren auto meistens drin und viele light cases gesehen einfach nur ein gutes auto drin hatten weil dann wird berlin haben oder sonst die packen wir noch mal hier oben drauf also naja wir schauen mal was wir heute kriegen allright vorsberg insert wir haben reflektor ricardo pepi dann haben wir gold das ist benze baini für glatter gold und noch eine gold und die geht an kotzer und bochum machte pro box muss pro auto ein bier trinken dann willst du chrome break jetzt macht den kramaric gold hoffenheim 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 lacroix refractor ecklenkamp insert hertha refractor ist fagir und stiller für hoffenheim und das ist thiel die ist auf 275 limitiert hoffenheim wir haben burkhard insert und refractor ist gorecka für die bayern für die bayern für die bayern auf 255 limitiert das ist das ist fach 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 Und so, mit dem Nix-o-Pox-Chin. Wir haben Purple, Arne Meier für Augsburg auf 299 Euro, hier ist Ottomau, Stiller, Hoffenheim, Refractor ist Caligiuri, Augsburg, Gold ist Asano für Bochum, wir haben Niklas Stark für Hertha, Simakhan für Leipzig, Gold, Rütter, Refractor, Gold für Bielefeld ist Pipa, dann haben wir Höhler für Freiburg, Gold, wir haben Refractor, Prietl, Insert ist Adli für Leverkusen, Neuhaus für Gladbach Refractor, und Nice, Lindström für Frankfurt, Rookie Pink auf 399 Euro, Lindström Rookie für Frankfurt, sehr gut, sehr cool, Micha und Refractor ist Leon Gorötzka. Das ist ein Z transfer. Das war's für heute. weiter geht's nächste box gold ist für wolfsburg reflektor kramaritsch hoffenheim gold ist übers ist das gold nein hier ist auch dass die gold reflektor auf 50 verzeigen sie ein bisschen anders aus wo jello ist es glaube ich heißen die hier hier auf 50 für kölle timo hübers und timo hübers gold weg hinterher und noch eine und zwar endo für stuttgart wir haben lute mecca refractor es ist gold okay davis frakter und sanjuste für mainz und die ist auf 75 limitiert und sette mir reflektor und haaland gold array wave nice für dortmund und nicole nice one kamala reflektor insert ist schloty und das war es für diese box fh fh so Ich habe mich sehr, sehr gut gemacht. Das war's für heute. Nein nächste Box, Refractor ist stach, Asano Pink für Bochum auf 399, Gold Ray Wave ist Zakaria für Glabba, Graham Bellingham Refractor, Gold Kamara Frankfurt, Koulibaly Refractor und Gold Double Raum Rookie Weiter geht's mit Khedira Refractor, Insert is Beas, Green ist auf 99, Shemakan für Leipzig, der falsche für Leipzig, aus Sicht von Roman, 99, wir haben die Derby, Insert, und Purple ist Donio Marlen für Dortmund auf 299, Kone, Refractor ist Friedrich für Gladbach, und Gold ist Lewandowski, Gold Ray Wave, oh man, Wow Hmm Die B顔 war Die B죽 Die Böden Die Böden Die Böden Die Böden Das war's für heute. All right, nächste Box, Baumann, insert, refractor is Pantovic. Und wir haben Kedira für Augsburg, äh, für Union, sorry, auf 399. Niederlechner für Augsburg Gold. Wir haben Rehmann für Bochum Gold Wave. Niederlechner, Refractor. Und Lienhard Gold Wave für Freiburg. Wir haben Gold, und zwar Adli für Leverkusen. Gold Wave. Höhler, Refractor. Schlotti, sorry, für Freiburg. Ah, was steckt denn hinter? Bellingham Purple auf 299. Dortmund. Wir haben Z-Dimir. Stach für Fractor. Und Friedrichs-Refractor für Gladbach. Oh Gott, die glänzen ja richtig hier. Ah, die Hälfte haben wir. Auf geht's zur Hälfte Nummer 2. Und die Blüte haben wir auf. Oh Gott. Gut. 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 Kaffee Hier ist es ein Nixer-Box. Gold Lindström, nice, für Frankfurt, Rookie, Lindström Gold, Geekwitz, Refractor, Sosa, Gold Wave, Stuttgart, Kornier, Refractor, Davies, Gold Wave, und Insert ist Arnold für Wolfsburg. Wir haben Günther auf 250 für Freiburg. Und Sydney auf 275, hast du schon Roman, auch wenn du nur 50 und viel versuchst? Und Sydney, there we go, auf 275, aber eine coole Farbe, schick aus. Hmm, schick aus für Bellingham. Alright, Lubecic, Insert. Wir haben Meier Refractor. Gold, L'Olmo. Gold Wave, für Leipzig. Wir haben Riemann Refractor. Insert ist Labeling für Fürth. Und das ist für Wieselbox. aufquehe, Schicksal. Schläppesiesum. Das war's für heute. Alright, wir machen die Box. Here we go, Refractor geht an Baumgartner, wir haben Timohorn, Purple, Köln, 299, Pipa, wir haben Dahoud, Refractor und Kimmich, Gold Wave, Tim Ficento, Refractor, Gold Wave ist Sanmeyer, Augsburg, Gold Kainz, Köln, wir haben Ortega Refractor, Mokoko, Gold auf 50, Riedle Baku für Wolfsburg, 16 von 50, Gold Refractor, Gold Wave Refractor, ich weiß gar nicht wie die heißen, wir haben Dardai für Hertha, Gold Refractor, Gold Wave, Onizibo, Terram Refractor und Dani Olmo, Pink auf 399, 19 399 399 399 399 399 499 499 399 Achtung! Alright, mit der Box. Kriegen wir jetzt ein Auto vielleicht, wir schauen, wir haben Günther Gold Wave, Freiburg, wir haben Lubicic Refractor und Green ist Grifo für Freiburg auf 99, Gold, Gio Reyna, Dortmund, Refractor ist Silas, wir haben ein nice Kornet Gold Wave, Rookie, und Thomas Müller Insert. Paul Wannert Refractor. Wir haben Günther für Augsburg, Pink auf 3,99. Wir haben Dorsch für Augsburg, Purple auf 2,99. Der Musiala Insert, Patrick Schick Refractor, Max Kruse Gold Wave, Wolfsburg, Soboslei Refractor, Verrangs, das war diese Box. Wir schauen jetzt auf ein paar Mal, Sekunde Jungs. Okay. Fünf Boxen haben wir noch, noch kein Auto. Fünf Boxen. Das war's für heute. Ich habe es sehr gut gemacht. Wir starten mit Gold, Riedler Baku, Wolfsburg, Riedler Refractor, Gold, Fülle Kostic, Wave, Refractor ist Alphonso Davies, Gold, Koulibaly, Stuttgart, und hier Hector, Insert, Shemakan Refractor, und Dahoud Pink für Dortmund auf 399, Purple, Schick, für Leverkusen auf 299, Wir haben Lebeling beführt, Lebeling Refractor, Florian Wurz, Gold, Wave, Nice, Refractor ist Ecklenkamp, Hertha, Sydney, Insert, und Musa Diaby auf 250, Neuerkusen, Wurz, 4 Box noch immer noch kein Auto zurück, 299, 75, oder 299, 25, 3- Tarafraett- Neuerkusen gelungen dabei 3 muy, 5—asyano- 4— Ja, eine Refrektormotion. Alright, Gold, Zet Demir für Leverkusen, Gold Wave, Timo Horn Refrektor, Blue ist Koulibaly für Stuttgart, auf 150, Kosinu Refrektor, wir haben Günther Insert, Adli Refrektor, Gold Wave, Zet Demir für Mainz, Riemann, sorry, Insert, wir haben Pepe, Gold Wave, Kalajic Refrektor, Thielmann, die ist auf 199, für Köln, wir haben Baumgartner, Pink auf 3,99 für Hoffenheim, Gold Wave ist Kedira, Union, wir haben Musiala, Refrektor, Jekyll, das ist was für diese Box. Und jetzt geht's. Ich habe es sehr gut gemacht. All right, here we go, drei Boxen noch, such noch ein Autogramm. Ich hoffe es ist ein gutes. Start mit Moukoko Refractor. Wir haben Kalajic, die ist nummeriert auf 199 für Stuttgart. Sidney Insert, Olmo Refractor, Gold Niacate, Gold Wave, Beas Refractor. Gold ist Avonidi für Union. Avonidi. Nochmal Gold, koste nur. Refractor von Avonidi, Union. Wir haben Burkhard für Mainz. Julian Green Insert, Gold Wave, Han Insert, Refractor ist da, äh, Serda, sorry. Und Bayern, Joshua Kimmich. Und die ist auf 399. Zwei Boxen noch. Bewegh. Das ist wichtig. Hallo único Willi, warerasico. Und Sun Gill. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gut gemacht. noch kein auto vielleicht jetzt für frankfurt auf 150 wir haben abiyama gold wave führt zentra refractor sind die pink auf 399 gold wave sowas light und sakaria refractor krimarisch für hofnheim purple auf 299 verhangs na bin ich hier refractor ist mecca und gold dortmund malen gold wave wir haben judin green insert lindström rookie refractor lubicic und immer noch kein auto das ist echt das auto in der letzten box das wäre verrückt die erste box 1 auf 10 und in der letzten box ein auto das wäre krass das ist trotzdem die erste box schlapp 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 Das ist sehr schön. wirklich garantiert aber meistens hat man auf jeden fall ein auto ich habe mich jetzt wundern es nicht so werden wir schauen mal viel glücklich wir starten mit Lubejic Gold Wave Köln Pipa Refractor Mokoko insert Marco Reus insert Joe Scali Refractor Gold Wave ist Franks noch kein Auto das gibt es noch nicht letzte Stapel los Auto her da wird Raum Refractor ich dachte das wäre das Auto Kamada für Frankfurt und die ist auf 75 limitiert das ist das Auto nein Mokoko ja Musa Diaby Refractor Musiala Gold Wave nice Hasebe Refractor ist das das Auto vielleicht oder das letzte was meint ihr nein das ist koste nur green ist das letzte wirklich ich hoffe das ist ein Auto ups sorry auf 99 koste nur ich hoffe das letzte ist ein Auto komm schon lass es nicht hängen hier es ist Joe Scali oh meine Güte was schmeiß ich heute alles weg hier Joe Scali Gold Wave für Klappe wir haben echt kein Auto bekommen oh man ey das ist leider nicht garantiert aber ätzend da legen wir die hoffen mal auf das zweite Case dass wir da zwei Autos kriegen ärgerlich tut mir leid Jungs ist echt ätzend ok ich mach ein kurzes Recap von den besseren Hits alright here we go wir hatten Kamada für Frankfurt auf 75 Musiala Gold Wave für Kosunu auf 99 Lindström Refractor Aboniji Gold Wave Rookie Diaby auf 250 Grifo auf 99 Grifo auf 99 Kone Gold Wave Rookie Paul Wanner Refractor Riedler Baku auf 50 Gold Refractor Bellingham Purple auf 2,99 Lewandowski Gold Wave Schimakan auf 99 David Rom Gold Wave Saint-Justay auf 75 Karl Lajic auf 3,99 David Rom auf 2,99 Baumgartner auf 75 Dann haben wir noch Florian Wörks Gold Wave Lindström Rookie Gold Wave und Timo Hübers auf 50 Gold Refractor Wir hatten Sidney Rebiger auf 2,75 Drew Bellingham Gold Wave Lindström Pink auf 3,99 für Frankfurt Haaland Gold Wave und auf 10 gab es immerhin eine Kosunu für Leverkusen 1 von 10 That's it for this break Thanks again for joining Hope to see you next time Peace